Hallo Freunde, willkommen zurück zu The Quarry. Wir starten eine kleine Party jetzt und ja, let's party. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Wir sind manchmal unanstehlich, was? Wir starten doch keine Party. Ähm, ja. Welchen Weg? Ist eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt eine Felsfahrt, der mit Sicherheit relativ fälsch ist, also unbequem zu gehen, oder eine Shuttle-Lichtung, die im Schatten liegt. Beides kein leichter Spaziergang. Ähm. Shuttle-Lichtung ist ein bisschen romantischer, oder? Also hier lang. Ah! Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Ernsthaft? Komm, ich helf dir. Ich hab gedacht, er ist tot. Ne, ich geh doch zurück. Okay, geht nicht mehr. Kann ich da jetzt überall hin? Okay. Ich hole mich. Ich hole mich. Ich will weiter und bis zum nächsten Mal. Ich hole mich, bis ich wieder wieder sehen. Ich hole mich, bis zum nächsten Mal. Ich hole mich nicht in der Mitte. Ich hole mich, bis zum nächsten Mal. Da unten liegt was grünes im Fluss. Seht ihr das? Spring! Ah ne, das sind nur Schatten. Sieht aber cool aus. Wo ist... Ah! Alles klar? Da hinten? Wo? Was denn da? Hey! Ab! Hat die jetzt... Ist die jetzt am Baum hängen geblieben? Äh... Sieht aus wie eine Ranger... Rangerbox. Eine unverschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zu wechseln, Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger. Gibt es in den Wald überhaupt Ranger? Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Sieht fast so aus. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Äh... Dann... Dann würde ich gern wieder zurück. Ich... Ich würde noch gerne vorher... Was... äh... Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her! Hier! Halt mal! Sicher. Warte mal! du warst... Du kommst Armst. Ja, dein outbreak ist... Wow. Ähm... Nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich mein, kann sein, ich weiß... ...nur nicht welche. Du findest es raus. Ich weiß nicht, ob wir es so lange da rummachen sollen und ähm... Hey, hörst du das? Hm? Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal, da ist irgendwas. Da! Hm... Nein, 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 nein. Ganz schlechte Idee. Oh, scheiße. Oh, mein Gott! Er ist so... süß! Sachte... Schlechte Idee. Du bist in Gefahr, eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Agape sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest und wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Scheiße. Das ist nicht sicher. Ach nein, das ist Rotz. Das Vieh wollte mich killen. Nein. Nein. Ja. 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 Ich hab gedacht, wir sind tot. Das war schon so ein unbeliebter Charakter von Until Dawn. Hey Caitlin, weißt du was? Ihr seid ja total fantasielos. Und, äh, was geht hier so? Ist alles ready? Äh, ja. Ähm, in dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist das so wie Candyman, wenn man fünfmal ruft? Ja. Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotionen, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay? Denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Ikit. Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick. Gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötzer haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war ne Sau. Oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Das war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick ne neue Freundin. Oh, erzähl. Wow, wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit ner Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Äh... Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und? Und? Wir bringen euch ne handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch wirklich, Mann. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey. Gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt... ...um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ne, eigentlich ist das keine gute Idee. Äh. Kommt ja fast beide sich selber raus, ne? Das ist keine gute... Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie nickt der Arsch auf Grunde es geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, äh, weißt du was? Ja. Hast recht. Besser ist, äh, ich, äh, gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Teil sie doch einfach auf. Sönke, klar. Jawoll! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benest. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist ne Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Kinder. Ja, das, ich werde damit jetzt nicht unbedingt, das... Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. Drei Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du ein Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn du... Okay, Jungs. Ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Ähm. Okay, Lisa Miura ist sie hot, wenn sie so herrisch tut. Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke. Bye. Bye. Und, ähm... Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Was? Hm. Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Ach, Alter. Unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Ich frage. Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid die Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, ah. Du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs. Das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nickt zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zählt. Klar. Kampf Tutorials. Okay. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Achtung! Wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denkt daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Okay. Ich finde die Erzählung richtig cool. Okay. Was soll ich zählen? Das linke Ziel, hat sie gesagt, ne? Das heißt, die Flaschen. Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Okay, Nick, jetzt wird's ernst. Das linke Ziel. Schöner Schuss. Das nächste linke Ziel. Nur Glück. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr. Okay, Alter, du hast doch verdammt von der Büchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, das qualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Oh, was ist Jakey? Papp, papp, peanut butter butter pizza. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Sorry, das muss das sein. Was zum Rollen. Papp, papp, peanut butter butter papps. Haha. Okay, jetzt geht die Party los. Ich bin der 100 Euro noch Flaschen drin oder sowas. So ein typisches Teenie-Game. Okay, neue Idee. Partyspiel. Flaschen drin. Kommt Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wahrheit oder Pflicht? Oh. Ich hab's noch nicht gespielt bisher. Jemand fragt dich Ruf oder Ehre, dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also, normale Standardregeln. Ja. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle... und alle einverstanden sind. Eka. Okay. Ich mein, du kriegst eine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ähm... Ruf. Lieber mal smooth bleiben, hm? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Oh, äh... Oh, äh... Ich... Hey, schalt mal runter, Mann. Es geht zu weit. Kommt schon. Ich war nicht... fertig. Was war ihr peinlich? Sie müssen sowieso... Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay. Abby, du bist dran. Na gut, okay. Ähm... Oh Gott, ich kann... Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, okay, ähm... Ich weiß nicht. Ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlyn oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry. Nicht meine Regeln. Eine Frage würde gelogen, aber okay. Dann mal los. Ey. Ähm... Definitiv nein. Ob er mitspielt? Keine Ahnung. Ja, es ist ein Partyspiel, also was soll's. Dylan, los, komm. Immer gerne zu Diensten. Woo! Okidoki, wen nehme ich? Ich... Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Jacob. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre. Ehre, Mann, komm schon. Ok. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes. Ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Äh, ja, finde ich keine gute Idee. Nein. Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Schön Veto. Wisst ihr was? Leck mich doch. Ok? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Mach doch. Emma. Jemand hat was dagegen. Emma. Ehre. Emma. Also du küsst. Jacob. Oder. Nick. Madame. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Äh. Ähm. Im Ernst jetzt? Es reicht. Mhm. Es reicht! Danke, Nick. Er ist gut. Du knutzt meine Freundin Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Dann flieck dich doch. Öh. Nur ein Spiel. Ja, fuck. War's echt nicht. Jacob. Hol Luft. Ja. Tja, ich schätze. Ich sollte ihm wohl... Mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Und so trennen sich einige Wege. Ja. So. Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Und wer ist dran schuld? Sie. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Freunde. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Im nächsten... Episoden Teil, was wir spielen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüssi. W pare mir leer drauf. Das 6 Christ. Die manche.